Wichtig, die folgenden Inhalte sind nicht für Kinder geeignet, da ich das Original-Pepa-Wurz-Video bearbeitet habe. Aufgrund neuer YouTube-Vorschriften hier ein paar Schimpfwörter, Blasenbumsenfickenwixer. Recyceln Herr Bulle, der Müllmann, leert die Mülltonne aus. Es ist früh am Morgen, deshalb versucht Herr Bulle so leise zu sein, wie er nur kann. Herr Bulle ist besonders gut im Leise-Sein. Peppa und Schorsch sind gerade mit dem Frühstück fertig. Was ist das für ein Lärm? Das ist Müll. Hallo, Herr Bulle. Herr Bulle hat unseren Mülleimer ausgeleert. Gut, der Frühstückstisch muss abgeräumt werden. Können wir mithelfen, Mama? Ja, natürlich. Ich werfe Schorsch in den Mülleimer. Peppa, stopp! Was ist? Wir werfen Flaschen nicht in den Mülleimer. Die kann man in den Mülleimer werfen. Was bedeutet das? Alles, was wir brauchen können, werfen wir in den Mülleimer für Herrn Bulle. Aber all das, was man wiederverwerten kann, kommt in den Mülleimer. Der blaue ist für Zeitungen, der grüne ist für Blechdosen und der rote ist für Flaschen. Peppa, du hast eine Flasche. In welchen Korb kommt die also? Ähm, in den Mülleimer. Ja. Das macht Spaß. Jetzt ist Schorsch dran. Findest du eine Zeitung für den roten Korb? Schorsch möchte Papa Wutz recyceln. Hoho, ich bin aber noch nicht ganz fertig, Schorsch. Du kriegst die in einer Minute. Ist ja gut. Hier, bitte sehr, Schorsch. Zeitungen kommen in den Mülleimer, Schorsch. Jetzt haben wir so viele Sachen gesammelt. Jetzt gehen wir zum Wertstoffhof. Hurra, auf geht's. Mama Wutz hat die Blechdosen. Peppa hat die Zeitungen. Und Schorsch hat die Flaschen. Sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Blechdosen. 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 Recyceln, recyceln, wir fahren recyceln. Recyceln. Das ist der Wertstoffhof von Frau Mümmel. Wir sind da. Hurra. Hallo, ihr da. Hallo, Frau Mümmel. Kommt ihr alle zum Recyceln? Ja, genau. Wunderbar. Also los. Was macht Frau Mümmel da? Müll. Boah. Wer kann mir sagen, wo die Flaschen reinkommen? In den blauen. Das stimmt genau. Und die Dosen in den grünen. Stimmt, Peppa. Schorsch möchte Peppa recyceln. Okay, Schorsch. Oh, wo ist unser Auto hin? Das Auto ist verschwunden. Zurücktreten. Frau Mümmel will das Auto recyceln. Stopp. Das ist unser Auto. Was? Ist das wahr? Ja. Wie dumm von mir. Ich liebe recyceln eben. Was ist das drives? Du bist da. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017